Die NATO-Minister Die NATO-Minister Die NATO-Minister Arbeiter bauen fester die Waffen, heut ist das heilige Pflicht. Dass sie die Verbrecher, Verbrechen beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Heute ist der Sozialismus Weltmacht, heut stehen die Völker nicht mehr allein. Um fester die Einheit, wir kampfen, sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Um fester die Einheit, wir kampfen, sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Im Klaus-Wor-Schinken schreit es Sanktionen, hört, hört ihrs nicht, Embargo Bestrafungsaktionen. GHK confirmed for shit. thought for shit. Vielen Dank.